Der Watzmann thront über Berchtesgaden, die Rückfahrt von St. Bartholomeo. Hier die gut besuchte Fütterungsstelle. Der Watzmann, die Rückfahrt von St. Bartholomeo, die Rückfahrt von St. Bartholomeo. Der Watzmann thront über Berchtesgaden, die Rückfahrt von St. Bartholomeo. Der Watzmann thront über Berchtesgaden, die Rückfahrt von St. Bartholomeo. Der Watzmann thront über Berchtesgaden, die Rückfahrt von St. Bartholomeo. Ein Rundblick vom Schiffsanlegersteg. Die Rückfahrt von St. Bartholomeo in St. Bartholomeo. Vielen Dank. Vielen Dank.